Jo Leute und damit willkommen zurück zu WERFT. Ja, beim letzten Mal haben wir das Schwein erledigt, den Vogel erledigt und uns ein Tier gefangen. Es ist traurig. Es ist sehr traurig. Ich weiß halt nicht, wie das genau funktioniert. Dass es sich mal so Kopf runterhängen lässt. Deswegen... Werde ich schon noch rausfinden. Und geschert haben wir es. Geht nicht noch mal. Was ich jetzt noch mal machen will. Erst mal... Das einmal weg. Der weg. Meine Meta soweit leeren. Mal kleiner machen. Da rein. Das da rein. Sag ich, ist, kann er sterben? Das wäre nicht so schön. Ach so. Ah, jetzt verstehe ich. Das muss fressen. Okay. Dann mussten wir das immer bewässert haben. Alles klar. Hehehehe. Ja. Ja. Tschüss. Weiß ich das schon mal. Alles klar. Gut. Auch wenn wir... Wenn ich noch eine zweite Flasche habe, dann nutze ich hier irgendwie nur eine immer. Egal. Dann wollen wir mal nach oben nochmal. Ganz nach oben. Ganz oben müsste noch so ein Vogel sein. Also von denen kriegen wir Alpaka-Wolle. Von der Ziege kriegen wir wahrscheinlich dann die Milch. Und von dem kleinen Scheißer-Vogel kriegen wir halt die Eier. Hm. Ja. Aber ich glaube, ich muss noch weiter die Story machen, um noch ein paar Sachen mehr zu kriegen. Muss halt auch nochmal gucken, wie ich das dann mehr den Sprinkler machen muss. Zack. Wie ich zwei Schalen zurückkriege, ey. Hm. Das ist so merkwürdig. Na ja. Gott. Das Wald nach oben. Aber das Wald echt nur eins mitnehmen kannst. Und es wird wieder dunkel. Oder? Scheint so. Zack. War das eine Ziege da oben? Oder war das ein Vogel? Ein kleiner Schieb, Mats. Ach komm. Hoch mit dir. Schieb, schieb, schieb. Oder ist hier beides oben? Dann muss ich ja dann nochmal hoch. Ne. Das ist das Problem, wenn man alleine spielt. Das ist halt das Problem, wenn man alleine spielt. Hm. Das ist halt das Problem, wenn man alleine spielt. Was? Ehrlich. Ehrlich? Wassermelonen. Kiste. Schmiede Fisch-Eintopf. Hm. Ehrlich? Was ist das? Nosso 1. Hallo, hoch mit dir. Diesmal nervt uns aber kein Vogel, wenn wir hochgehen. Ich hatte erwartet, dass da noch so ein kleiner Vogel ist, oder so eine Ziege noch, aber nein. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, wow, ist das viel, und Wetter. Hm. Yay. Naja. Nehmen wir noch eins mit. Hab dich. Nummer 2. Da wir ja eh keinen Fall Schaden nehmen. Und da wir Wall Jump machen können, irgendwie, kommen wir ganz schnell runter. Hmm. Zack. Hat er nen Freund. Wie teuer sind die Sachen eigentlich mit Rucksäcke und so jetzt? Hopp. Ich dachte, ich lande wieder im Wasser. Hallo. Guck mal. Ein Freund für dich. Hey. Ein Freund. Bitteschön. So. Wir müssen wieder losfahren. Dass wir mehr Ressourcen kriegen. Ich brauche jetzt richtig Holz. Das da rein. Das da rein. Das rein, das rein. Noch so ein Rezept. Ja. Okay. Was war da drin? Ich hab mich grad schon gewollt. Wo bist du? Ist da reingerannt. Okay. Ja, mampf mal. Zack. Oh, ich bin wieder froh. Das andere ist größer, ne? Kann das sein? Zweimal wolle. Hm. Rucksack. Der normale Rucksack. Wo haben wir den denn? Ah. Ah. Ah, hier. 20 Leder. Holy shit. Gott, ist das teuer. 20 Leder. Es ist halt extrem teuer, ne? Da kommen die Tiersachen durch. Ich tu das mal hier mit rein. Kann ich das von hier ausgießen? Okay. Wie war das? Was hat uns noch gefehlt? Ähm. Kannst du? Hm. Ja. Gute Nacht. Expert survivor. In 30 Ich muss da hinten hin. Erstmal. Und gelichten. Wir wollen wieder los. Lala, lalala, lalala. Lala, lalala. Hallo? Klar, kipp mal die Flasche aus. Könnte ich eigentlich weiter schwimmen gehen, aber... Ne? Ich geh erstmal die wieder... ...part weiter aufnehmen. Wir brauchen halt Sachen. Wir brauchen halt Ressourcen. Erstmal hier drin vorbei. Hm. Das dauert die gerade noch ein bisschen. Ich wollte die Dinger... ...einmal eigentlich andersrum setzen. Ups. Genau. So wollte ich die setzen. Weil... Dann können wir nämlich von der anderen Seite auch den Motor einschalten. Passt doch. Zack. Wow. Leck. Weil er gespeichert hat. Ah. So. Dann können wir nämlich von hier aus anschalten. Dann. Mh. Ein bisschen. Jep. Passt. Das passt. Krieg ich alles mit? Nö, natürlich nicht. Hallo. Okay, ich hab gar nicht mehr gesehen, dass ich das erlebe. Wir müssen halt aber auch noch weiter rüber, ne? Määääh. Weil wir halt so'n blöds Fahnen gerade. Zack. Und ich hier wohl was reinkriege. Okay. Ah, guck mal hier. Genau das ist das. Direkt reinbefördert. Und wenn's läuft dann... ...dann verbraucht er halt Energie. Davon müsste ich normalerweise mehr bauen. Hm, aber die sind halt so teuer. Sind nicht grad günstig. Zack. Hm, hm. Wie sieht's aus? Gut. Zack. Ich brauche noch eins davon. Dann platziere ich nämlich noch ein zweites. Zack. Oh, das wird gleich doppelt so groß. Ah, das ist sehr gut. Und bewässert gleich komplett. Okay. Gut. Wir wissen. Die Hammer. Määäh. 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 Zack. Klar. Was fehlt natürlich wieder? Kunststoff. Hä? Ich hab doch genug. Hm. Worum geht das jetzt grad nicht? Du weißt was da. Normalerweise nicht. Was geht denn das jetzt nicht? Hey. Und jetzt? Okay. Jetzt zeigt er irgendwas falsch an. Oder was ist das Problem? Nee. Hm. Naja. Säule da rein. Dann sammeln wir erstmal Sachen. Oh. Määäh. Das ist geräusch, ey. Määäh. Ääh. Das da rein. Määäh. Zack, zack, zack. Oh, noch ein paar Zamen. Ich hab schon wieder fast nicht mehr reicht. Junge, Junge. Mhm. Ich würde sagen, da dran fahre ich vorbei. Da werde ich erstmal dran vorbeifahren. Ich brauch halt erstmal Schrott. Ganz viel Schrott. Jetzt mal gleich dran vorbeifahren. Wow. Hm. 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 Oder? Ich guck mal, ob da noch Tiere sind. Ich müsste ihn normalerweise erstmal vergrößern. Ich fahr erstmal so lang. Dann gehen wir erstmal da zur Seite. Määäh. Määäh. Ach, ich muss beide Seiten bewässern. Scheinbar. Der Vogel, ey. Alles voller Fisch. Oh, wieder ganz gut. Gut. So. Ich stehe auch erstmal einsammeln können. Guck mal, das schwebt. Ja. Aber wenn wir einen Ziegen kriegen, dann lohnt sich das auch schon mal. Määäh. Määäh. Läuft bei dem Tier. Zack. Hier hab ich halt gar nix drin. Normalerweise müsste ich das da anbringen, wo man halt echt viel kommt. Guck dir das mal an. Ui. Uup. Ich dachte, da wäre eben was rausgeflogen. Okay. Passt. Hm, hm. Okay. Ich fahr noch ein bisschen weiter rüber. Määäh. So, dann. Geradeaus. Und. Wuhu dann. Ups. Schuh dann zuhause gefallen. Weil ich manchmal echt nicht dran denke. Hm. Hier können wir nämlich auch wieder Schweine einsammeln, ne? Komm ich da dran vorbei? Ohne festzuhängen. Scheint so. Geht trotzdem noch ein Stückchen da vorne. Also zur Seite. Hmhm. Weil. Kann ich so machen? Ränder. Und. Ankerlichten. Was war das denn? Hup. Dittittitt. Ich muss gleich erstmal alle Sachen ablegen. Dass ich Platz hab. Platz. Hm. Hallo. Grüß. Hi. Das war knapp. Der hat mich fast erwischt. Oh. Hey. Hey. Geh da wieder rein. Geh da rein. Ich wollte da nicht kissen. Hab ich so in die Hand genommen. Mää. So. Die. Die. Die kommen da rein. Steine. Steine. Auch gar nicht so viele. Schrott. Knack. Hallo. Und koch. Das, das, das. Rein damit. Viel Stück davon. Eiuiui. Ey. Ich verdoppel dich grad immer und immer mehr. Tschüss. Wegschmeißen. Rein damit. Acht Pfeile hatten wir nur noch. Ähm. Ähm. Wo waren das jetzt? Da. Stimmt. Der Titan braucht mir dafür noch. Und dieses Pulver. Fünf Stück. Drei Stück hab ich. Ich muss Silberfische noch. Äh. Silberfische. Klar. Pufferfische erledigen. Das ist so wenig, ne? Ähm. So wenig Titan. Haftpfeile hab ich. Was sagt der jetzt? Wow. War noch nicht so viel. Äh. Ich hab was vergessen. Klar. Warum auch nicht? Hm. Nee war hier drin, ne? Nee. Möchtest du hier reingeschmissen. Zack. Zack. Dann mal da hin. Normal Fressi, Fressi. 38 Melonen. So. Okay. So. Und da rein. Von dem wir eh keine mehr haben. Dieser Vogel, ey. Der nervt. Der Schweinchen ist eigentlich relativ schnell erledigt. Es rennt da hinten lang. Eins. Zwei. Ha. Jetzt hat er mich voll erwischt. Drei. Vier. Autsch. Wiener erwischt. Fünf. Sechs. Dämliches Vieh, ey. Auch viel zu wenig Lieder, was man kriegt, ne? Drei Stück. Wo er hüppelt die Ziege denn jetzt rum? Da. Hallo. Hab dich. Hm. Ach was. Toll. Ich wollte nur aussammeln eben. Wä, 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 wä. Guck nicht so. Guck nicht so, hab ich gesagt. Dich lass ich nicht mehr frei. Ups. Wä, wä. Liegeblieben. Hier geblieben. Ihr Mistviecher. Meine Güte, ey. Mää. Okay, gewässert. Hm. Das ist halt viel zu klein. Das ist halt das Problem. Aber erst mal egal. Das wird sich noch ändern. Spanemaske hier rein. Äh, das da rein. Ja. Das kann man mitnehmen, oder? Obwohl. Fleisch. Hier rein. Warum hab ich eigentlich den Fischkühler die ganze Zeit bei mir? Hm. Keine Ahnung. Wie die Ziele da drin ist. Kann ich die eigentlich scheren, oder wie ist das bei der? Hallo. Hallo. Kann ich hier auch scheren? Nee, dafür brauch ich den Eimer, okay. Ähm. Danke. Eimer voller Milch. Was war das Rezept da? Er war not found. Okay. Hm. Also das funktioniert nicht. Eins davon. Eine Kartoffel. War das? Ja. Zack. Nee. Eins davon. Ist egal von welchen dann. Wahrscheinlich deswegen. Eins. Zwei. Kopfsuppe. Kopfsuppe. Zack. Keine Schüsse mehr dabei. Hm. Probier ich das nächste aus. Klopp. Hauptsache den Eimer. Der Eimer verschwindet auch. Alles klar. Ja. Läuft. Hm. Äh. So. Die Wolle da rein. Schere tue ich auch da rein. Bewässern. Dann. Dann. Dann gehe ich ja mal schlafen. So. Der Vogel fliegt da. Die Frage ist halt. Ist hier ein so ein junges Vieh dabei? Von dem. Ich habe hinten das nämlich schon gesehen. Aber jetzt. Bis jetzt nicht mehr. Ja. Ding. 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 Vor allem erstmal alles ausprobieren. Ich warte mal bis das fertig ist. Kann ich hier schon mal einsammeln in die Sachen. Flop. Zack. Zack. Okay. Hier ist alles voller Fische. Wie viel passt denn da rein? Maximo. Hinterei? Ich weiß das nämlich gar nicht. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Warum kann man nicht so teilen? Hm. Ist meine Internet gerade weg? Jetzt sieht mir das System gerade so aus. Hm. Liebverhaltig. Wie der Fisch da noch drauf liegt. Müsste doch schon völlig vergammelt sein. Hm. Scraps da. Das nehme ich mit. Das liegt gerade an dem Team. Kann auch sein. Ich habe keine Ahnung. So. Ein paar Melönchen futtern. Dann. Ich kann auch erst mal. Da wo noch was fehlt. Hinsetzen. 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 Manche Sachen brauchen ganz schön lange zum Kochen. Jetzt fertig. Toll. Gerade wo ich runtergesprungen bin. Apropos. Äh. So. Das. Das. Zack, zack. Dann kann ich noch von denen welche machen. Dann. Was war denn das? Das ist wie gesagt halt echt teuer. Ach ja. Das war doch. Und der hier ne. Fünf davon. Einen davon. Drei davon. Drei Partei. Sechs Leiterplatten. Was haben die nochmal gekostet die Leiterplatten? Ach ja. Kupfer. Kupfer brauchen wir auch mehr. Okay. Dann tue ich die Batterien hier erst mal rein. Leiterplatte da rein. Das darf ich jetzt mal schmelzen. Das wollte ich mir mitnehmen. Bäh. Wie sieht das aus ey. Okay. Holt aber auch gut rein. Da haben wir nichts mehr von. Funktioniert gerade gar nichts mehr davon. Okay. Das liegt aber nicht da drin, oder? Okay. Warum funktioniert das nicht? Das mache ich jetzt mal wieder aus. Eigentlich fehlt ja nichts mehr. Na gut. Aber ich würde sagen, dass ich erst mal die Aufnahme beenden werde. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Raft. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.